Oh, endlich Essen! Oh, Michael, kannst du mich dran nehmen? Nein, sorry, alles ist dran. Oh, perfekt, jetzt kann ich aber was essen. Oh, Michael, bitte übernimm den kurz, ich hab von Hunger. Nein, sorry, geht nicht, ich bin gerade am Essen. Essen? Du schläfst? Ja, ich esse meinen Traum. Egal, hat jetzt eh auch gehört zu klingeln. Oh, komm zum Papa! Hallo? Und, wie schmeckt das Brötchen? Das war's für heute. So, mit dem, das geht echten. Wie erschreckt das Brötchen? Ich persönlich, das ist eine kleine Summe.